Das Hotel der Westen liegt in Warschawa, Warschau in Masowin. Das Hotel der Westen ist sehr beliebt unter den Gästen, 98% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 136 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,3 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5,5 von 6 Sonnen. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon, das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,5 von 6 Sonnen. Service. Ein hervorragender Service wird ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,4 von 6 Sonnen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,3 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5 von 6 Sonnen vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,3 von 6 Sonnen wert. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.